Team Aufbau Schluss jetzt! Ich lache! Die Romontageeinheit muss ein Problem haben Machen wir einen Getest und schauen mal Wie episch du dir den Arsch abmachst, aber ich mach mir epischer den Arsch ab, weil ich eine epische Stimme hab Mein Gott Okay Und wie sieht's mit den Schritten aus? Oh, das ging ja voll brutal hoch Also schau, da hinten ist das nächste Ja gut, das für das Tutorial haben wir ja nicht lang gebraucht Komm! Manzai! Ich hab dir gelandet? So in etwa Demontagekammer Was steht da? Begeben Sie sich in eine Demontagekammer Masse und Geschwindigkeit Oh toll, komm! Ich glaube, dass wir richtig lustig Diese Geldinge, da kommen gleich Moment Das wird glaube ich richtig lustig Ja ja, das wird lustig Na man, wegen jedem Scheiß musst du laden Ne, das nervt ein bisschen, wir müssen das nachher echt installieren Ja, dann läuft doch die Xbox leise Ja, und das ganze Spiel ein bisschen schneller Ja Aber ich will doch nicht aufhören, Mann Ja, Mann ey, scheiße Das ist so richtig episch Hi, hi, hi Hallo Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen Woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie bedorfen seien Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt Alter, du bist voll klein Ja, dafür bin ich halt gut gebaut Aha Aha, okay, das ist klar, warte Warte So Mach da unten wo Ich bin kein Wer weiß das schon Nein doch nicht so So, komm über Ich dachte du bist, du bist kein Idiot Warte Gott, das Ich will das kurz nochmal Wie, wie das aussehen muss Waaaah Schade, hätte aber fast gereicht Ja Wie, 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 wie du suchst Oh Gott, das sieht, das sieht, das sieht so episch aus Hä, warte, wo ist das? Warte, warte, ich, ich, ich muss es dir machen So, springen und Aha, pass auf, jetzt wird's episch Geronimo! Boah Episch Mach nur weiter so und du wirst es bereuen Jetzt hab ich aber Angst Warte, 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 weißt du, was ich dazu sage? Warte, warte, wir, wir laufen Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufführen könntet Find ich nicht lustig Das fand ich auch nicht lustig Äh Oha Also, mal schauen, da muss ein Ding rein Okay, und da oben ist ein Schalter Und da oben ist ein Schalter Ist denn da oben? Oha 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 Oha, ist so voll Moment, lass mich überlegen Okay, hier bis zum Schalter Oh, Moment mal, warte, ich geh mal, warte, ich geh weg da Oha Ich geh jetzt kurz rüber und aktiv den Schalter Ich wollte ihn... Ah, verstehe Okay, jetzt ist... Okay, eines aktiviert, jetzt musst du den anderen da oben, oha Oha Wie, wie, toll, wie soll ich da hochkommen? Aha, warte So Da hoch... Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Äh... Warte, warte, ich schau mal nach Aha, dort ist so Warte, Punk, warte Ja Äh... So Und... So, okay, spring runter Geronimo! Okay, jetzt musst du mir dann einfach noch kurz helfen Aha, da hoch, meinst du? Oh nein, wo eigentlich nicht So Warte, wo willst du denn hin? Warte, es geht auch ohne dich Okay So Da, da ist er ja Wunderbar Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt Ihr könnt darauf sehr... Moment mal Ihr seid ja gar keine Menschen Keine Heucheleien nötig Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist Jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist Ja Ja Boah, dass man ein Fatal-Eck-Gerba-Nast Komm Ach, schluck Aber es war lustig Fuck yeah Eppig Vorne 2, Mann, vorne 2 Ich bin nur noch nicht drauf Eppig, was? Nichts geil Hör 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 Hoffentlich fällt den Leuten auch? An was Menschen so sterben können Und ihr könnt so nicht sterben Ihr könnt so nicht sterben Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen Das ist eigentlich einfach Ja, das ist einfach Ich brauche nur ein Portal Ah, da! Ah, Punk! Warte 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 Hör 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 Bist du bereit? Ja, los! Ah, nein, nein! Ah, ficken, ich muss ja... Ah, scheiße! Ja gut, ja, okay, ich muss das Ding an. Nein, sorry. War das nötig? Komm, ich hab das vergessen da. Wuhu! Wie du abgehst, also. Und... Wie episch! Ich liebe dieses Spiel. Ah, verstehe. Muss ich... Ich muss nur das gleiche machen. Also komm, du weißt ja wie's geht. Wow, wie episch war! Und, bereit? Ja, ja, klar. Ey, halt, der aktiviert noch die Dinge. Oh, fuck, der hat den falschen Portal verschlossen. Das gag er nicht. Moment. Ja, ich, ich deaktiere es noch. Los, go! Wuhu! Wie absolut genial! Ja, man! Jedes Versagen erinnert, wenn ihr euch schon schlagt, zielt wenigstens auf den Kopf. Haha, ich liebe sie! Ja, Mann! Das geht jetzt ein bisschen schneller, als ob wir das hier mit dir einfachen... ...aufgaben. Wie wir abgegehen. In slow motion. Eigentlich hab ich von dem Ding geredet. Von wegen, die Portale schmeißen uns hoch und runter. Aha, ja. Das war geil. Ja, aus dem Trailer. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Los, schreibe auf! Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk auf, wie du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Dankeschön. Ja! Ich muss was, wenn ich was kaputt mache. Sie hat dich gelobt, du Idiot! Wieso? Das hab' ich jetzt nie verstanden. Ja, siehst du. Also komm. Weil sie dich beleidigt hat, hat sie mich gelobt. Ich spring' nicht runter, ich mach's mir einfacher. Aha, nochmal! Warte, bevor du das tust, mal schauen. Ja, geht ja. Das kannst du nicht. Ja, ich weiß. Ja, komm mal her und steh mal da drauf. Das war so klar. Ja, komm. Okay, aber dahinten ist nichts. Okay, aber dahinten ist nichts. Und das soll Wissenschaft sein. Okay, aha, da oben, okay. Ja, du musst mich halt ein bisschen... Ja, klar. Du weisst aber wohin. Äh, da, Moment. Rechts, 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 oben, rechts. Aha, oben, rechts, rechts. Oben, rechts, oben, rechts! Hallo? Ja, da! Und, Banzai! Wow! Wo bin ich, Mann? Wo, wo... Ah, da bin ich, ja. Episch. Warte, was? Hier bin ich. Oh, wie... Wie brauchen das? Du musst da auf den Shutter stehen. Danke, Einstein. Hol ihn dir. Ich werde auch nicht runtergehen. Okay, was ist jetzt? Inzwischen hier hoch. Oh! Ach, die ficken! Okay, komm. Und das heißt... Oh, oh, fuck. Warte, fack, warte. Warte, warte. Oh, okay, Moment. So. Deine Portale sind gay. Was? Boah, eine bodenlose Faute. Warte. Du bist durch die Wand. Du musst auswählen. Ah, ich verstehe. Ja, ja, ich Idiot, ich Idiot. So, jetzt pass auf. Manni! Verdammt! Du schießt die Portale bei mir genau. So, Moment. Jetzt geh schon. Und? Bist du bereit? Ja. Bonsai! Wuuu! Eppisch! Oh Mann, Punk! Wie war das denn jetzt? Ich bin episch. Okay, Moment, 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 Moment. Wie komm ich jetzt? Ja, ich schieß dich hier ein Portal hin und... Warte. Nee, das geht ja nicht. Lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Ähm... Das geht nicht. Äh... Ja. Problem, ne? Hier oben haben wir eins. Ne, aber das bringt uns eigentlich nichts. Wo? Ne, warte. Jetzt noch was? Warte, ich kann ja durch. Ja, das bringt ja nichts. Außer, warte, ich kann's dir so geben. Oh, episch. So war das Ding da oben. Gehst du da durch? Ja, okay. Ja, gut, schieß mir noch eins. Okay. Sehr schön. Und es hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Ja, echt mal Spence. Was? Mann, du bist gestorben. Ne, du hast mich gefiltert. Ja, und ich hab's genossen. Nein. Wie wir Orange or Blue heißen. Ja, die kann uns da, die kann sich da keinen Namen merken. Stimmt. Naja, eigentlich schon. Sie will uns nur keine Namen geben. Naja, das macht uns menschlich. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr werdet die Einzigen, die den Kalibrierungsset bestanden hätten? Ja. Es sind noch 5.000 Watt-Kontest-Teams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt... Ja, wir sind episch, ne? Wobei, das sagt sie bestimmt allen 5.000. Ja, scheinbar. Du weißt, was jetzt ansteht, oder? Nö. Oh! Continue testing. Komm, dann bist du jetzt der Erste. Wow! Okay, bereit? Let's go! Hey, ich hab einen Erfolg preigeschaltet. Los, drück den Knopf, drück den Knopf! Wohin? Warte. Oh man, ja, du kannst nicht mal einen Knopf drücken. Warte, jetzt bin ich verwirrt. So, also, bereit? Äh, ja. Ich weiß nicht mal, wo der Knopf ist. Ja, du, da, komm. Hinter dir. Da! Warte, komm, ich will auch mal. Okay, warte, und mach ein paar, mach ein paar Gesten in der Luft, das bringt einen Erfolg. Okay, ich weiß, ja, so ein Drehen und so. Moment mal, was, was tue ich da über? Moment, welchen, welchen muss ich denn dann? Aha, der Volk muss. Here we go! So, hab ihn. Scheiße, Mann, das ist mit Zeit. Er ist schon wieder deaktiviert. Was? Wie sollt' wir es schaffen, gleichzeitig da hochzukommen? Aha, ich weiß wie. Ähm, warte, du musst mich jetzt nochmal in die Luft jagen. Ah, und du schießt ein Portal runter, oder? Nee, 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 das musst dann du machen. Oh, wai. Nein, doch, das musst du machen, beides. Du machst Portale, ich drück die Knöpfen. Warte, es kommt, aha, also, warte, äh. Warte, du machst ein Portal da unten, ich fliege raus und du machst eins auf der anderen Seite. Aha, ich verstehe, verstehe. Mit der anderen Farbe, dann, ja? Ja, na klar, damit ich dann... Und? Los geht's. So, da. Episch. Wow! Wow! Wie viele! Jonglier-Test beginnt in 3, 2, 1. Jonglier-Test? So, eine. Und jetzt? Ja, das war's. Jonglier-Test? Warte, ich hab ne coole Idee. Komm, wir lassen so'n Ding fliegen. Moment. Oh, nein, das geht ja nicht. Naja, egal. Warte, lass mich aber kurz nochmal so fliegen. So wie du gerade. Oh, nein. Juhu. Los. Los. Du sollst, du sollst dann so wie ich auf beiden Dingen Portale erzeugen. Verstehst du? Ist nicht gut. Dort und da, ja, genau. Ich bin die Blödpunk, das wäre ja meine Idee. Oh, nein. 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 Ich frag mich, wenn wir so richtig scheiße wären, ob sie das uns auch sagen würden Meinst du? Ehezwei sei total scheiße